Ja, hallo, servus. Heute wollen wir den Tag nutzen und wollen in unserem Studienprogramm an der Hochschule für Angewandtes Management haben wir uns im Rahmen des Pro-Schul-Fokus beschäftigt mit Social Media. Und ein Thema heute wird sein die neue Brille von Snapchat, die Spectacles. Und ihr wisst ja, die Brille hat es jetzt endlich nach Europa geschafft. Man konnte sie ja die Monate vorher, die hier unser Exemplar zum Beispiel, wir haben es in Amerika bestellen müssen. Und jetzt bekommt man sie eben schon auch hier in Deutschland über den Online-Shop. Und ja, jetzt wollen wir euch, weil wir das in ein Forschungsprojekt eingesetzt haben, wollen wir jetzt in einem ersten kleinen Video euch mal kurz erzählen, was ist Snapchat, was ist Spectacles und wie funktioniert die Brille? Ja, also hierbei handelt es sich um ein Gadget, was man tragen kann, ein sogenanntes Wearable. Und das funktioniert so, das Brillen-Etui ist eigentlich auch die Ladestation, die lädt die Brille bis zu viermal auf. Wie, wie, langsam, das verstehe ich nicht. Genau, also hier hat man den Anschluss an der Innenseite und die kann man dann hier so reinstecken. Natürlich muss man auch das Etui aufladen, aber das hält dann sehr lang. Ach, das Etui lädt selber sich auf? Ja, genau. Ne, ne, das Etui muss sich aufladen. Okay, ist dann praktisch die Funktion wie ein Akku? Ja, genau. Also ist halt ganz praktisch für unterwegs. So, und dann nimmt man halt das Spectacles raus. Und jetzt leuchtet es auch gerade schon. Wenn ich filme, ich mache das jetzt einfach mal zur Demonstration. Vielleicht auch unsere Zuschauer, dass die das sehen. Also ich drücke jetzt hier oben auf den Knopf und dann leuchtet das hier. Und es wird mir auch innen angezeigt, wenn es aufhört zu filmen. Wenn nur noch zwei Sekunden von der Filmzeit übrig sind, was zehn Sekunden sind übrigens, dann blinkt es hier zweimal auf. Genau. Das heißt, wenn du das jetzt aufhörst und du filmst jetzt hier unsere Kamerafrau, dann würde die mitbekommen, dass du das filmst. Genau, hat ja gerade geleuchtet. Genau, das heißt Snapchat hat eigentlich im Gegensatz, wenn ihr euch erinnert an die Google-Brille, hat Snapchat eben, oder will Snapchat die Privatsphäre der Objekte oder der Menschen, die man aufnimmt, praktisch an Rücksicht nehmen, weil die andere Person natürlich mitbekommt, Achtung, da bewegt sich was, da leuchtet was. Ich werde wahrscheinlich gerade im Moment aufgenommen. Also eigentlich dieses Leuchten ein Hinweis, dass eben hier gerade eine Aufnahme leuchtet. Ja, was kann man sonst noch zu der Brille sagen? Der Preis, glaube ich, liegt hier irgendwo bei 149 Euro oder Dollar. Ich glaube jetzt 149 Euro. Es ist ein typisches Wearable. Das heißt, wenn man filmt, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ja, also der Zuschauer kann dann aus meiner Perspektive quasi durch meine Augen sehen, was ich mache. Ich habe die Hände frei und es filmt quasi aus der Ich-Perspektive. Genau, und dann kann ich das hier synchronisieren mit der Snapchat-App. Da wollen wir nachher, da machen wir noch ein kleines Video dazu, wenn jemand das nachmachen will oder selber mit der Snapchat arbeiten will, machen wir ein kleines Video, wie wir das koppeln. Aber ja vielleicht jetzt noch mal zum Tragen. Also der Vorteil ist, du hast die Hände frei, es ist ein Wearable. Das heißt, ich kann alles Mögliche mit meinen Händen machen und ich filme. So, jetzt setze ich sie auf. Und wo schalte ich sie dann an? Auf der linken Seite ist oben ein Knopf. Auf der linken Seite ist ein Knopf. Ich drücke diesen Knopf jetzt. Ja, genau. Und was ist jetzt? Also eigentlich leuchtet es nicht. Ich drücke nochmal drauf. Was leuchtet nicht? Wahrscheinlich ist der Akku leer. So? Ah, jetzt. Jetzt? Genau. Okay, also das heißt, das was wir vorher gesagt haben, mein Gegenüber weiß jetzt, Achtung, ich filme. Das ist so ein toller Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Swingerclub gehen würde mit dieser Brille, würden meine Leute, die mir gegenüber sitzen, Achtung, da filmt jemand. Ne, also ein bisschen witzig. Aber ihr wisst ja, das war dieses Mords aufgeschrei, das dann die Google-Brille eben mit sich brachte, das man eben heimlich mitfilmt im öffentlichen Raum, im privaten Raum. Und das hat eben meines Erachtens Snapchat ganz gut gelöst, dass eben hier die Leute wissen, Achtung, jetzt wird jetzt aufgenommen. Ja gut, und was würdest du sagen, die Hauptanwendungen oder wer könnte jetzt, momentan ist sie ja noch als Spaßbrille, wir zeigen euch nachher, dass man sie eben auch für Forschung einsetzen kann. Aber für Spaßbrille, was ist da der Unterschied, wenn du vorher nur mit dem Handy gefilmt hast in einem Social-Media-Kanal, warum ist das besser? Ja, also zum einen habe ich halt eben die Hände frei, was ganz cool ist und man hat so ein bisschen, was ich persönlich cool fand, so eine Fisch-Ei-Perspektive heißt es, glaube ich. Eher weitwindig? Auf dem Handy, ja genau, auf dem Handy wird es zwar im Hochformat angezeigt, aber wenn man es jetzt zum Beispiel, weil man kann es auch speichern, wie es ja bei Snapchat üblich ist, auf dem Computer anschaut, dann hat man eine runde Ansicht. Achso, das heißt ich kann alle Filme, die du jetzt mit der Wearable filmst, all das kann ich natürlich live streamen, das geht in deinen Snapchat-Account. Ja, also es läuft so, ich habe die Brille mit via Bluetooth mit meinem Handy verbunden und es speichert dann, es gibt so eine Funktion bei Snapchat, die nennt sich Aufnahmen. Da speichert es dann unter Specs meine Videos, die ich mit der Spectaclus gedreht habe und da kann ich sie dann live schalten, weil bei Snapchat ist es so, wenn ich ein altes Video in meine Story poste, dann sehen meine Follower quasi, dass es ein altes Video ist. So ist das bei der Spectaclus aber nicht. Okay. Also es wäre dann quasi live und ja, das Wichtige ist halt nur, dass es mit Bluetooth verbunden ist. Okay, das erzählst du uns aber nachher, wie wir das koppeln. Okay, ja, das heißt, der große Vorteil ist die Ich-Perspektive, dass ich auch aus der Ich-Perspektive filmen kann und ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen oder man sieht auch, was Snapchat in Zukunft entwickelt. Snapchat ist eben auch dran, Augmented Reality in dieser Brille mit einzubauen. Das heißt, dass wir dann eben, wie wir aus anderen Bereichen, das uns schon bekannt ist, wir können also die Gesichter dann vielleicht noch irgendwie an den Schnurrbart hinmachen oder Katzenzungen oder Katzenohren. Filter und Sticker. Filter und Sticker. Und man kann natürlich auch in Zukunft schon auch ernsthaftere Sachen machen, zum Beispiel eingeblendete Geoinformationen über Wikipedia, über Gebäude zum Beispiel. Also auch das ganze breite Feld von Augmented Reality wird der Brille eben nicht nur diesen Spaßfaktor zuordnen, sondern man kann es eben auch, so wie wir es dann, wie wir heute noch erklären werden, in unserem Forschungsprojekt für Employer Branding. Man kann es eben auch für sehr ernste Sachen einsetzen. Es ist ja nicht nur eine Spaßbrille, sondern es ist eigentlich ein ganz schön, ein sehr interessantes Hightech-Tool, das man auch sehr gut nutzen kann. Und wir sehen, dass das die Zukunft sein wird in vielen Bereichen, weil ihr wisst ja, Facebook arbeitet letztendlich auch an so einer Brille. Facebook wollte ja auch irgendwann mal Snapchat kaufen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Und auch Google arbeitet an einer Augmented Reality-Brille. Welche Form und was da kommt, da lassen wir uns noch überraschen. 2017, Ende 2017 sollte ich hier, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Zeiss, möchte da eben Apple etwas auf die Reise bringen, was auch in diese Richtung geht. Also die Richtung, die uns dann jetzt in der nächsten Zeit einholt in der Kommunikation, ist also Bewegtbild. Und es wird auch sehr, sehr viel, wie wir sehen, eben Live-Streaming sein. Okay, dann vielen Dank für die Erklärung. Recht interessantes Tool. Und ja, in dem nächsten Video zeigen wir euch, wie ihr die Brille mit eurem Handy koppelt. Und dann werden wir noch darauf eingehen, wie wir das hier in der Hochschule zu Marktforschungszwecken oder zu kommunikativen Anwendungen eben eingesetzt haben. Ja, okay, also dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.